Hi, ich bin Tobi, ich bin Ausbilder bei Refirm Arena am Standort Berg. Wir bilden den Ausbildungsberuf des Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Fachrichtung Bauteile aus. In diesem zukunftsorientierten und modernen Beruf erlernt man diverse Kunststoffschweißarten, Kleben, Fräsen, Drehen und viele weitere interessante Tätigkeiten. Eigentlich würden wir uns auf einer Berufsmesse kennenlernen, doch leider ist das aktuell nicht möglich. Aber mach es dir einfach. Besuche unsere Homepage www.rena-ausbildung.de und informiere dich über unsere Firma und über den Ausbildungsberuf des Verfahrensmechanikers. Aktuell suchen wir noch für 2020 weitere Azubis. Trau dich und bewirb dich bei uns. www.rena-ausbildung.de